Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im Kreis Unna. 2013 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer sowie einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 98 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 167.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.